So, willkommen zurück, Freunde. In der Nacht versuchen wir es nochmal gegen Francis. Hey Francis, ja natürlich. 1000 gegen die Perle. Wir schaffen das. Natürlich nicht, wenn ich mich so dumm anstelle wie hier gerade. Leck mich am Arsch. Also, na... Ja, was willst du sagen? Wenn du natürlich... Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie die Dinge... Ne. Okay. Ja, man kann es auch mit den Pfeiltasten machen. Also, oder mit WSAD. Damit ist es deutlich angenehmer. Also nur mit der Maus. Hep. Wieder zwei rüber, wieder einen rüber. Komm. Hep. Wieder einen rüber, wieder einen rüber. Wir schaffen das noch. Sehe ich gar nicht ein. Nein. Nein. Ohne mich. Hep. Gib dir das. Der schießt mit einem mal fünf Stück rüber. Und dann bist du da. Hep. Deswegen. Ich sage auf der Xbox kam mir das irgendwie leichter vor. Mit Analogstick. Meine Fresse. Na. So. Nächster. Einer drüber. Schaut euch das an. Kann doch keiner ernst meinen. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ja. Okay. Das heißt noch lang nix. Los. So. Zack. Wieder eine rüber. Das war schlecht. Das war gut. Das war nicht so toll. Aber muss halt. Zwei rüber. Hier. Wieder eine rüber. Wieder zwei rüber. Komm. Schießen wir das rüber. Wir schaffen das noch. Hep. Hep. Mist. Das ist echt stressig. So. Komm. Jade. Enttäusche mich nicht. Oder halt schon. Na toll. Alter. Ja. Probieren wir es nochmal. Nee. Sehe ich gar nicht ein. Oh. Das war ein Fehler. Komm. So. 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 Und nochmal. Okay. Erste Runde durch. Zwei. Eine noch. Nee. Nee. Perle gegen 1000 Gold. Äh. Gegen 1000 Credits. Oder wie das auch immer heißt. Nein. Sieg im Scheibenspiel. Wir haben immer noch Perlen, die uns fehlen. Danke. Das ist so cool. Da müssen wir jetzt echt nochmal speichern. Kann ich mir leben. So. Ab die Post. Jetzt schauen wir uns an, was die Fußgängerzone gilt und finanziell so aufzubereiten. Und hier sieht. reihenweise Aufstand hier. Ja. Hast du eine weitere Perle? Nein. Leider nicht. Hast du noch etwas für uns? Meng zu. Nichts. Okay. Aber wir schauen uns Iris 514 an. Ja, danke. So. Und versteckt ist die natürlich hier. Schlecht programmiert. Ben. Ich würde das gern mitnehmen. Danke. Okay. So heißt es, es gibt noch eine Iris 516 auf der Seite. Dann schauen wir uns das gleich an. Iris 514. Bewohner von Hillis von der Alpha Abteilung entführt. Endlich wissen wir mehr über die Entführungswelle, die die hilianische Bevölkerung in Atem hält. Die Opfer werden über das alte Schlachthaus unter Aufsicht der Alpha Abteilung verschifft. Dort angekommen, werden sie in Doms Sarkophagen versiegelt, zum Mond gebracht. Die Alpha Abteilung und die Doms vernichten die hilianische Bevölkerung. Ziemlich brutal. Also, wir haben aber auch nichts was kaufen können, oder? Nee, 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 nee. Kein PB1 mehr. Nö. Na dann. Ja, dann ist es Zeit, richtig auf die Kacke zu hauen und dieses Teil hier zu machen. Wir haben hier erstmal sonst keine Perlen mehr, ne? Nö. In keinem Stockwerk. In keinem Stockwerk. Na. Befindet sich noch irgendwas außer das hier. Ja, dann. Einfach wird das nicht. Alpha Abteilung Hauptquartier. Warum sollte es auch einfach werden? Egal was passiert, lassen Sie sich nicht erwischen. Keine Daten. Okay, dann haben wir auch keine Hilfe. Die kennen keine Gnade. Ja, da hast du recht. Was steht denn da drauf? Section Alpha. War. Ach so. Na, super. Man muss das alleine durchstehen. Ich will meinen Weg zu Ihnen finden. Ich will mein Opernhaus. Ach du Schande. Ach du Schande. Verarsch mich. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt auch das erste Mal schaffen. Man kann ja noch träumen. Wir haben auch keine Daten. Junge. Oh Gott. Das war schlecht. Ich dachte jetzt, wenn der schon weg geht, könnten wir das nochmal probieren. Aber ja, jetzt haben wir vier Leben. Und versuchen das Beste. Anders als Splinter Cell können wir jetzt auch nicht hier dran klopfen, dass jeder her schaut. Ja, ist vielleicht die bessere Idee so. So, wir müssen da jetzt irgendwie vorbei, ohne dass uns jemand sieht. Wo schaut der hin? In die Richtung. Warten wir es ab. Okay, offensichtlich dreht er sich nicht um. Warum auch immer der uns gerade gesehen hat. So, da dran. Kann doch keiner ernst nehmen. So, noch eins höher. Oder gibt es ein Problem? Ne. Oh Gott. Das kann nicht wahr sein. Was du machst. Und natürlich werden wir ganz unten wieder rausgeschissen. Kann doch kein Mensch ernst nehmen, hey. Okay. So. Hoch. Duck dich. Und über uns ziehe ich jetzt nicht. Ich kann es auch nicht beurteilen. Ah. Du, verpiss dich bitte ganz schnell. Oh Gott. Das heißt, sobald sich der umdreht, müssen wir da rein. Fuck. Das kann nicht euer Ernst sein. Wie geht das? Sehe ich gar nicht ein. Ich will eigentlich nur nach oben, ne? Und den treten kann man halt auch nicht, weil das jeder hört. So. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Der geht raus. Bleibt kurz stehen. Geht zurück. Dann geht der raus. Bleibt kurz stehen. Geht zurück. In dem Moment, wo der sich umdreht, muss ich springen. Okay. In dem Moment, wo er sich umdreht, muss ich springen. Fuck, Alter, das kann nicht wahr sein. Alternativ, was geht, ist dem anderen reinfolgen und dann da wieder vorbeigehen, ne? Das kann sein. Upping die Ante, sozusagen. Hepp, komm hoch mit dir. Warten wir, bis er da ist und dann können wir weiter. So, das heißt, wenn der eine zurück geht, schauen wir mal, ob wir da rein können, ne? Können wir da rein? Lohnt sich das in irgendeiner Weise? Ich glaube nicht. Nee, da können wir nicht durch. Das, wie? Wie soll man das machen? Soll ich den jetzt wirklich tot treten? Na, dann probieren wir es halt. Ich glaube es zwar nicht, aber hey. Ich meine, ich will es mal ausprobieren. Wenn ich jetzt den drehe und nochmal drehe. Die sieht uns doch jemand. Ja, eindeutig. Das ist nicht möglich. Schauen wir mal von hier, bevor wir jetzt noch zurückgehen, möchte ich mal ganz kurz nach oben schauen. Da steht nichts. Keine Schanze. Keine Schanze. So, schaffen wir das schnell genug? Ja, sollte gehen. Das bedeutet wirklich, wir müssen da aufs Beste hoffen. So, hier hoch. In dem Moment, wo der zurückgeht. In dem Moment, wo der sich umdreht, zurückgehen und da in die Mitte reingehen und hoffen, dass uns keiner sieht. Fuck, Alter. So, und jetzt da dazwischen stehen. Das kann doch keiner ernst nehmen. Da oben geht keiner. Ah, die dürfen sich jetzt nicht umdrehen und uns sehen, ne? Wenn der wieder reingeht, können wir drüber. Okay. Bitte, was? Noch eins höher geht nicht, oder? Oh Gott. Da sollten wir nicht hin. Wir müssen da irgendwie vorbei. Das bedeutet, wenn der sich wieder zurückdreht, rein und weiter. Oh Gott. Das Problem ist, wenn wir jetzt wirklich gesehen werden. Okay. Ich habe mich nicht absichtlich nach oben bewegt. Das war der Computer. In dem Moment, wo wir jetzt gesehen werden, müssen wir alles wieder von vorn machen, oder? Was macht der denn? Der bewegt sich anscheinend gar nicht, oder? Gott sei Dank. Ist er weg? Ah, ja. Uff. Das war mehr als knapp. Okay, was macht er denn? Geht er da raus oder nicht? Nein. Das kommt von da drüben. Ah, schlecht. Ich gehe. Okay. Wir könnten den umschießen, aber... Gut. Geh weiter. Passt. Oh Gott. Okay. Nächster Speicherpunkt. Das war mehr als knapp. Oh. Geil. Wie viel kriegen wir jetzt? Wir haben 37 gehabt. 9, 4, 1, 2. Schnafft er. 10 Stück. 11 Stück sogar. Gut. Das speichern wir. Wir sehen uns im nächsten Video. Wo wir hier wieder zurück müssen. Bis dann, Leute. Bis dann.